Die Super-Suchties! Wir brauchen kein Intro! Moi moi liebe Super-Suchties, willkommen zurück zu Grey. Letztens haben wir in diese U-Bahn-Station aufgehört. Und von da aus machen wir auch gleich weiter. Gehen wir mal rein. Oh! Was ist das für ein Scheiß hier? Was ist hier passiert? Woher? Hallo? Oh, F6. Ich kann auch mit F6 schnell sparen. Habe ich herausgefunden. Batterien? Oh! Oh, was? Ja, und vielleicht soll ich mir nächstes Mal die Zeit stellen. Oh, ich vergesse es immer wieder. So. Wo bin ich hier? Das ist alles so kompliziert. Yes! Ha! Ich hab zwei Schuss. Was? Das ist ein bisschen lame. Das muss ich überhaupt machen, ey. Einfach hier wegkommen. Okay, von hier müsste ich hier gekommen sein, genau. Ach, leck mich doch am Arsch! Schnell laden. Na komm. Ich hab doch, äh... Ich hab doch, äh... Normal ausgewählt und nicht extrem. Blödsinn, blödsinn! Ah! So, hallo. Was? Ach, jetzt war hinter mir auch noch so ein Scheißviech. Boah, das ist ja gar nicht nervig. So, also hinter mir hier, hallo? Buh? Also, leck mich im Arsch, stirb! Hui! Die Vieh sind lustig. Okay, das ist ganz blöd, das bin ich beim nächsten Mal tot. F6, genau, oder? Ja. Gab's hier nicht irgendeine Position? Das ist alles so kompliziert hier. Ja, ist vielleicht. Bling, Facebook! Haha, was ist das? Ich will das jetzt wissen. Was sind das? Wahrscheinlich Sammelobjekte. Geht's hier weiter, was ist das hier? Ah, okay. Silvester 2005 ist Disco Disco. Ja, wui! Scheiß Musik. Scheiß Musik. Alter. Ach, nee. Und die Schnellspeichern. Wenn ich die Pistole in der Hand hab. Schnellspeichern. Und nochmal speichern. So. Und nochmal. Bis. Aber hier muss doch, hier war doch verriegelt. Hier ist nichts. Aha. Kein Loch im Boden. Das ist jetzt irgendwie dumm. Ich kann ja nicht in der ganzen Folge hier rumlaufen. Ich bin anscheinend nur zu blöd. Hier war ich aber auch schon, oder? Ja? Das ist irgendwie dummisch. Hier gibt's hier nichts. Nee. Die Füße gehen auch nicht kaputt, ne? Nee, die gehen auch nicht kaputt. Das ist irgendwie Shit. Ich hab jetzt eigentlich jeden Raum durchforscht. Ja. 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 Ich kann ja eigentlich wieder rausgehen. Da braucht der Ausgang. Aber hier musste ich doch rein, oder? Was ist das? Oh! Oh! Nein! Watu! Ah! Das war doch klar! Nein, ich will die Pistole aufheben... Gib mir doch den Ausgang! Huh! Ah, ja. Ich hab nur noch einen HP... Also genau genommen eigentlich. Ah, ich weiß, dass du rauskommst. Okay, erstmal Quick Save. Wie? Muss ich den Schadenspunkt kriegen, oder was? So, jetzt pass auf, jetzt wird's. Ja, hauptsache alles verschießen. Ey, was ist das hier? Das ist jetzt noch so ein schwarzes. Lol. Was? Da komm ich her. Nein, ich geh da nicht hin. Okay. Was gibt's denn hier? The largest collection of free textures on the internet. CG textures.com, ja. Müsst ihr euch merken. Ja, geht's mal wieder raus. Meide, Lanita. Wie siehst du aus? Ist das hier die Gummizelle? Oh, nein. Das kenn ich von dem Trailer. Scheiße. Ich kann auch nirgends sprinten, oder? Ich will nicht mehr aufnehmen. Okay, ich... Boah, ich muss mich jetzt irgendwie hier so absichern, dass ich nicht vorm Stuhl falle. Äh? Hahaha. Ich weiß, dass hier irgend so ein Viech kommt. Ah, hat's mich gespoilert. Hallo? Hallo? Nicht? Okay, gar kein Viech? Okay. Dann war's ne andere Stelle, bei der ich zum Glück noch nicht bin. Ja. Ja. Don't forget some useful grey keybindings, such as Mouse 2 for Aronsides. Hard to open memos and tap for objective. Any emblems of logic or reason, bla bla bla. Jo. Das ist ein Scherz. Lutscht du den? Ich hier. Schere. Ich verkrieche mich jetzt hier und wahr, bis das Spiel vorbei ist. Oh, da, da. Ich kann grad wirklich nichts sagen. Oh, ey, ja, jetzt, jetzt könnte er herkommen. Jetzt bin ich imbar. Wenn ich ne Schottie kriege, dann ist erstmal Schluss. Home. Ich geh jetzt aber nach Hause. Du musst mich in Ruhe, ich bin nach Hause, ey. Ja, fick dich. Ups. Nein. Ah. Ich darf, das muss ich ja nicht sagen. Das ist böse. Hallo. Was geht ab? What? Ich geh mal geradeaus. Okay, wir sind jetzt in der Schule. TPS Reports. Alles klar, wir sind in der Schule. Dann beende ich hier auch den Teil. Und wir sehen uns dann bald wieder, ne? Haut rein. Das ist alles klar, wir sehen uns dann ab.